Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die Frage, sind wir die Mautdeppen Europas? Und da wollen wir doch gleich mal anfangen. In fast ganz Europa müssen wir für die Autobahnen blechen. Doch unsere eigene Autobahnmaut hat uns jetzt die EU verboten, per oberstem Gerichtsurteil. Ausgerechnet unsere Nachbarn, die Österreicher, hatten gegen die Einführung der deutschen Pkw-Maut geklagt. Nun bekamen sie recht, unsere Maut, die ab Oktober 2020 eingeführt werden sollte, sei diskriminierend. Denn belasten sollte sie nur die ausländischen Autofahrer. Wer sein eigenes Auto hingegen in Deutschland angemeldet hat, sollte seine Autobahnmautgebühren dann über eine geringere Kfz-Steuer zurückholen können. Doch jetzt heißt es, aus die Maus. Diese Regelung verstoße gegen das europäische Recht, sagen die EU-Richter in Luxemburg. ÖSI-Verkehrsminister Andreas Reichert nennt das ein richtiges Signal für einen fairen Wettbewerb. Vor allem heißt es, wir sind die Mautdeppen Europas. Millionen Steuerzahler, die für den Zustand der Straßen in Deutschland auch weiter ganz alleine zahlen. Kanzlerin Merkel, die im Wahlkampf 2013 zwar eine Pkw-Maut ausgeschlossen hatte, ihnen aber Monate später am Kabinetttisch zustimmte. Und vor allem die beiden Mautminister. Alexander Dobrindt, heute Chef der CSU-Landesgruppe, der 2014 als Bundesverkehrsminister das Konzept zur Ausländermaut schrieb, sowie sein Nachfolger Andreas Scheuer. Mit diesem EU-Urteil sei die Maut in dieser Form vom Tisch, musste Scheuer gestern eingestehen. Das jahrelange hin und her, um die Autobahngebühr, habe er im Elfmeterschießen verloren. Und nun, dem Verkehrsminister fehlen ab Herbst 2020 geplante Maut-Einnahmen. Jährlich rund eine halbe Milliarde Euro. Hinzu kommt wohl ein neuer heftiger Rechtsstreit. Denn zur technischen Umsetzung der neuen Maut hatte Scheuer bereits Verträge über 2 Milliarden Euro geschlossen. Unter anderem mit der Firma Kapsch mit Sitz in Österreich. Sie rechnet nicht mit Einnahmeausfällen. Heißt, wieder zahlt der deutsche Steuerzahler für eine Maut, die bereits jetzt 150 Millionen Euro verschlungen hat, für Beratung, Verwaltung und Planung. Trotzdem will Verkehrsminister Scheuer seinen Kampf für eine deutsche Maut nicht aufgeben. Schließlich wurden in seinem Ministerium alleine dafür zahlreiche neue Stellen geschaffen. Ja, liebe Leute, das klingt wirklich ultra krass. Vielleicht mal im Vergleich dazu, was zahlen wir denn bei unseren europäischen Nachbarn? Nur mal vielleicht mal die bekanntesten Länder rausgezogen. Österreich kassiert für alle Autobahnen und Schnellstraßen 89,20 Euro Jahresgebühr. Außerdem eine Extragebühr für Brücken, Tunnel und Hochstraßen bis zu 36 Euro pro Tag. Frankreich verlangt eine Autobahn-Maut, Beispiel Straßburg-Paris kostet 36,90 Euro. Dazu eine City-Maut unter anderem in Paris, wo eine Umweltplakette für rund 4 Euro zu kaufen ist, pro Tag. Italien kassiert für Autobahnen rund 56,90 Euro. Passstraßen kosten so 10 bis 16 Euro und sie verlangen eine City-Maut, zum Beispiel in Mailand, für 5 Euro pro Tag. Polen verlangt eine Maut für einige private Autobahnen. Die Strecke Frankfurt oder nach Warschau kostet damit rund 21 Euro. Berlin-Krakau ist für 8,50 Euro zu haben. Die Niederlande, Belgien gehören wie Deutschland zu den wenigen EU-Nationen ohne generelle Pkw-Maut. Dazu ist aber wirklich zu sagen, dass das deutsche Modell ein grundsätzlich einzelnes gewesen wäre. Denn eine Verrechnung von Maut und Kfz-Steuer, die in allen Ländern erhoben wird, gibt es nirgends. Das heißt, sind wir die Maut-Deppen Europas? Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon. Einfach, weil Dobrindt damit gerechnet hatte, dass wir das so durchboxen können. Und ja, darüber kann man sich einfach nur wieder aufregen, weil man hat es ja gelesen, jetzt sind es schon rund 150 Millionen Euro nur für Beratung, Verwaltung und Planung. Für etwas, was vielleicht nie stattfinden wird. Und das ist halt schon krass. Und insgesamt halt natürlich schon einen 2 Milliarden Euro Vertrag mit der Firma Kapsch. Also es ist wirklich krass, ob man jetzt, man kann noch dagegen diskutieren, warum verbietet die EU uns das und warum nicht. Es wäre schon ein Konzept gewesen, was es so noch nicht gibt. Deswegen hat es schon seine Daseinsberechtigung, wenn die EU uns das verbietet. Aber wie zum Teufel kommen die Politiker auf so eine Idee, da so viel Geld rein zu investieren, obwohl man gar nicht weiß, ob das am Ende umgesetzt werden kann. Aber egal, was haltet ihr von dem Thema? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Sind wir die Mautdeppen Europas? Wenn ja, liegt es an unseren Politikern oder liegt es an der EU? Das könnt ihr auch oben nochmal abstimmen. Ich habe da oben nochmal so ein kleines Abstimmsymbol gemacht. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.